so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke ich war gerade in meinem kommentar bereich und da gibt es so eine rubrik da steht überprüfung ausstehen da sind meistens kommentare mit irgendwelchen wörtern die böse sind und gemein sind und die ausgeblendet sind von dem kanal deswegen steht hier gesperrte wörter da sehe ich jetzt ein kommentar von einem user der heißt 187 nach vor live 187 da ist glaube ich so eine rap gruppe die machen musik auch mit bösen wörtern sowie der kommentar mit der gesperrt wird ich möchte kurz mal den kommentar vorlesen von dem 187 live user vor drei stunden der hat ein video von mir kommentiert da steht jetzt hoffentlich sperren sie dich es ist verboten mehrere accounts zu haben pro person es ist echt traurig dass ihr alle nicht fähig seid ein spiel normal zu spielen ohne irgendwelche hacks sheets multi accounting und 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 punkt punkt echt traurig sowas und dann macht ihr euch auch noch wichtig mit euren pokémon punkt punkt 20 handys alles wird so lange getauscht bis es 100 prozent iv glücks pokémon sind und dann tun als wärt ihr die besten obwohl eure stärksten pokémon auf irgendeine art und weise erschummelt wurden und mehr nicht punkt 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 echt traurig punkt punkt ich hoffe dass nach jennig euch alle band genauso wie diesen brenden ten punkt punkt da war es gleich auf den ersten blick klar dass der account niemals clean sein kann punkt punkt traurig sowas punkt punkt bei bei der kommentar hat mich ziemlich aufgewühlt und gerade auch die sache mit brenden ten habe ich so noch nie gesehen und dann war es mir bewusst dass auf jeden fall cheaten verboten ist ich habe mir den den account von 187 live auf youtube mal angeschaut der hat hier zwei short videos online und ein kiurem raid video ich habe mir ein vorbild genommen und habe auch einen kommentar hinterlassen und dass seinem und dass einem gala actors video ich habe geschrieben digger cheaten ist verboten hättest du mal lieber gerated wie alle anderen statt ihm mit kurz die gallas zu erschummeln damit war nicht genug ich habe auch sein zweites video kommentiert mit shiny cobalium digger cheaten ist verboten hättest du mal lieber gerated wie alle anderen statt ihm mit codes die shinies zu erschummeln das ist auf jeden fall ein unterschied in diesem video ging es um ein shiny cobalium in dem video davor ging es um galaris wenn ihr auch den gülle lars kennt schreibt es mal in die kommentare ich habe auch sein drittes video mir sorgfältig angeschaut erster kiurem raid vor einer stunde ein aufruf und habe gedacht aller guten dinge sind drei ich habe hier einen kommentar hinterlassen und ein daumen gegeben digger cheaten ist verboten hättest du hättest du mal lieber vor ort gerated wie alle anderen statt dir mit spufen die lechis zu erschummeln ganz deutlich im video ist zu erkennen dass bei ihm gar kein raid war und im fangbildschirm nach der bewertung sieht man da steht neuseeland ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen wenn ihr auch findet das entschieden verboten 187